Hallo, ich war gerade duschen und heute wollte ich euch zeigen, wie ihr einen Schlüsselanhänger macht. Nicht das hier, nicht dieses Tier, das ist auch richtig schwer, wenn man mit den Blumen da was machen könnte. Und das zeige ich euch jetzt. Ihr braucht Blumenkasten, ihr braucht Schlüsselanhänger und ihr braucht, ihr braucht noch Häkelnadel oder Blumenadel oder was das genau heißt. Und damit fangen wir auch mal an. Zuerst nehmen wir das mit einem Häkelnadel, macht es drumherum und danach Schlüsselanhänger, macht es drumherum und dann so und dann ist es so und jetzt zieht es so. Dann fangen wir auch schon mal an. Ihr macht so oder egal welche Flechtenart oder so weiter. Ich mach jetzt mal vielleicht Kreiseart oder Flechtenart, warte. So macht ihr es. So. Und dann braucht ihr eine Gummi. Macht es so. Für die, die es nicht können, den zeige ich euch jetzt. Egal welche Farbe. Dann tut ihr so. So. Guck. Schlüsselanhänger dran. Guck. So. Und dann nehmt ihr noch eine rote und ihr nehmt das mal die die nehmt ihr dann von die und die von die. Guck, so wird es aussehen. nehmt ihr noch und nehmt ihr jetzt die rote da drüber und die rote da drüber. Guck, so wird es aussehen. Und noch und noch eine und noch eine weiße und ach und noch eine roter nehmt ihr das und noch eine so wird es aussehen. Noch noch ist es nicht fertig, aber bald. so jetzt nehmt ihr jetzt nehmt jetzt nämlich eine andere Farbe zum Beispiel das macht es da drum oder nicht Monster High Farbe sondern ein anderer zum Beispiel die weil ich hasse Pink aber schwarz liebe ich aber Pink nicht da macht ihr so so guck jetzt mach ich weiter und die drei stück noch so und dann macht ihr hey man flippscht es runter keine Ahnung da rein und ja schau das war gerade meine Mama und sie nervt also sagt so wird es aus für die die Flechten noch nicht können den zeige ich euch habe ich schon vorher gesagt so ist nicht die so ist die guck jetzt nehmen wir wieder einen roten und zwei weiße, zwei rote und zwei zwei lila, weiß, lila und du ist es da und 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 das und auch egal welche Farbe immer so weiter immer so weiter Das war's für heute. und so ich brauchte mich ein und so und dann so sieht es dann aus und wenn ihr das oben nicht haben wollt dann schneidet es ab schon habt ihr das weg so ich hoffe das Video hat euch gefallen falls ihr dann da müsst und kommentiert mich, abonniert mich und bis dann tschüss